Wir heißen euch recht herzlich willkommen zu unserer ersten Erfurt Online-Messe. In diesem Jahr feiern wir hier bei Erfurt ein ganz besonderes Jubiläum. Unsere erfolgreiche Produktgruppe Erfurt Fließfaser wird 25 Jahre und genauso lange weiß der Maler diese Tapetenart aus rein praktischer Sicht zu schätzen. Sie ist leicht und effizient zu verarbeiten und bietet unendlich viele Einsatzmöglichkeiten. Und natürlich tragen auch die typischen positiven Erfurt-Eigenschaften zum Erfolg der Erfurt-Fließfaser bei. Die Zusammensetzung des Materials ist komplett ohne Zusatz von Weichmachern, Lösemitteln oder PVC. Und damit haben wir hier ein absolut wohngesundes Produkt, von dem keine schädlichen Ausdünstungen ausgehen. Gerade im Zeitalter der vielen Allergien ist das ein großer Pluspunkt. Und die Verarbeitung für euch Maler ist natürlich auch super angenehm, da wir es hier mit einer Tapete ohne Glasfaser zu tun haben. Durch den Einsatz der hochwertigen Materialien sind die Produkte außerdem sehr langlebig und damit dauerhaft günstig. Das macht die Erfurt-Fließfaser zu einem marktbestimmenden Produkt, sowohl im Privat- wie auch im Objektgeschäft. Durch die große Anzahl der unterschiedlichen Strukturen ist die perfekte Basis für die Umsetzung individueller Wandkonzepte gegeben. Die Erfurt-Fließfaser gibt es in über 70 Varianten. Also grenzenlose Möglichkeiten für euch Maler, eure Kunden raffinierte und vielseitige Optiken an die Wand zu zaubern. Seit ihrer Geburtsstunde im Jahr 1996 wird die gesamte Erfurt-Fließfaser-Familie in der praktischen Abmessung 25 Meter mal 0,75 Meter verklebt. Im Januar 2018 ist dann die bekannte Euro-Rolle in vielen Strukturen hinzugekommen. Egal welche Abmessung genommen wird, beide sind schnell in Wandklebetechnik oder klassisch mit der Tapeziermaschine verarbeitet. Dabei sorgen die materialspezifischen Vorteile dafür, dass ein dauerhaft einsehnliches Wandbild garantiert ist. Die Erfurt-Fließfaser ist aus speziellem Zellstoff- und Textilfasern hergestellt und dadurch nicht nur rissüberbrückend und extrem strapazierfähig, sondern im Vergleich zu PVC- und Vinylschaum-Tapeten auch sehr abriebfest. Eine Beschädigung der Prägung durch mechanische Beanspruchung ist damit so gut wie ausgeschlossen. Und nicht zuletzt, die mehrfache Überstreichbarkeit der Tapeten sorgt über Jahre hinweg für ein flexibles Handling. Einfach neue Farbe, neuer Look und dadurch auch für den Kunden auf lange Sicht ein deutlicher Mehrwert. Die immer größer werdende Nachfrage nach ökologischen, nachhaltigen Produkten stellt Verarbeiter oftmals vor ein Problem. Entweder diesem Wunsch gerecht werden und sich dann mit einer komplizierten Verarbeitung auseinandersetzen oder einfach zu verarbeitenden Produkten wählen und Kompromisse im Punkto von Nachhaltigkeit eingehen. Mit Erfurt-Produkten ist hier die optimale Lösung geschaffen. Wir fühlen uns stark mit der Natur verbunden und sind stolz auf unseren Standort mitten an der Wupper. Alle unsere Produkte werden mit einem Maximum an Umweltbewusstsein entwickelt und produziert. Und da wir diese Idee schon seit 1827 verfolgen, wissen die Kollegen der Produktion natürlich genau, was sie tun. Sowohl im Punkto umweltschonende Herstellung als auch effiziente Verarbeitung garantieren wir beste Lösungen. Mit dieser Transparenz könnt ihr bedenkenlos das Erfurt-Qualitätsversprechen an eure Auftraggeber weitergeben. Damit schafft ihr nachhaltig Vertrauen und in Verbindung mit einer ganzheitlichen Projektberatung eine hohe Kundenzufriedenheit. So, und nun bleibt dran, wenn wir euch eine kleine Auswahl der vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten unserer Fließfaser präsentieren. Top 4 Normal Channing Mal